Kennen Sie Joachim Rumor? Joachim Rumor ist der Xing-Experte in Deutschland, der sich wirklich mit dem Thema richtig jeden Tag gut beschäftigt. Und Joachim Rumor hat einen spannenden Effekt, einen Begriff geprägt, nämlich den sogenannten Schaufenstereffekt. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Modegeschäft in einer 1b-Lage in der Innenstadt mit einem großen Schaufenster und jetzt kommt eine Kundin, läuft vorbei, bleibt stehen und schaut in das Schaufenster hinein. Sie kommt aber nicht rein, sie geht weiter. Sollten Sie die ansprechen? Macht es Sinn, als Verkäufer diese Person anzusprechen? Oder stellen Sie sich vor, diese Person kommt vorbei, schaut sich Ihr Schaufenster an, kommt rein, schaut sich Ihre Ware an, probiert Sachen an, kauft nichts und geht wieder raus. Sollten Sie die ansprechen? Also wenn Sie sie jetzt nicht ansprechen, dann sollten Sie gucken, ob Sie im richtigen Beruf sind. Ich finde sogar in beiden Situationen macht es Sinn, die anzusprechen. Erstens, die hat den Weg zu ihrem Schaufenster überhaupt gefunden. Zweitens, das Interesse war so groß, dass sie reingeschaut hat. Sie ist einen Moment stehen geblieben und hat geschaut, was Sie da haben. Auch wenn sie jetzt nicht gekauft hat. Das gleiche System, den gleichen Effekt haben Sie, wenn Sie Ihr Profil bei Xing haben und Premium-Mitglied sind. Sie können nämlich sehen, wer war wann auf Ihrem Profil. Sie können sogar sehen, was hat er sich angeguckt und wo ist er hergekommen? Machen Sie doch folgendes. Schauen Sie mal einmal in der Woche oder alle drei Tage, wer war auf Ihrem Xing-Profil. Ist das ein potenzieller Kunde für Sie? Dann sprechen Sie ihn doch an, dass er Ihr Profil gefunden hat und was Sie möglicherweise für ihn tun können. Und wenn Sie Premium-Mitglied sind, können Sie sogar sehen, wo ist der hergekommen? Sie können sehen, was hat er sich angesehen, nur Ihr Profil, Ihre Über-mich-Seite oder war er sogar auf Ihrer Webseite. Und daraufhin können Sie ihn kontaktieren. Und Sie sind ruckzuck im Gespräch. Das ist keine richtige Kaltakquise mehr, das ist schon mehr Warmakquise. Also, Xing lässt sich vielfach nutzen und so kommen Sie an gute Kontakte und anschließend an gute Geschäfte. Machen Sie was draus!